Wenn du wüsstest, nasse Lust an Halloween. Es ist dieser eine Gast, den Jule auf ihrer Halloween-Party am sehnlichsten erwartet. David, ihren Chef. Gut aussehend und ungemein charismatisch. Dass er sich verspätet, trübt die Freude zunächst. Allerdings macht er jene Enttäuschung mit seinem beträchtlichen Blasendruck nach dem Autobahnstau um ein Vielfaches wieder Wett. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage